ein neuer Grün für Dessy Partie Jessica was sagst du Alter? Ich muss gerade zu Jessica der Sieger Simpsons ja genau mhm mit Gleiter auf ähm das muss ich Gerhards besiegen das zum Teil ist das wer ist Gerhards? ähm Sie haben wie so ein HZ-Empfänger da bei dem bei Franks Villa Leute, was muss es so für die Quest machen? Kojoten besiegen oh, kannst du dich schnell mit dir machen? ja, dann warte kurz, ich muss mal schnell meine neuen Skills reinmachen ach stimmt, muss ich auch man muss ja immer regelmäßig kaufen immer wenn man die Regel hat ja zu einmal im Monat ja äh, Kojoten, okay, mach ich schnell aber, wie ein Gerhards auch so ein Halbboss ja, das kriegen wir schon irgendwie hin okay komm, wir sind What Time und What Tea, Alter, das kriegen wir schon hin auf zu den Kojoten also ich kann meine neue Brustplatte tragen jetzt habe ich hier ja, jetzt habe ich mehr Leben gut Alter, ich habe 500 Leben mehr wie du ne, für ne, 440 ne, 440 ne, 440, doch, 440 also ich bin abbefehl kuried also über was könnten wir reden ein neues Hero ist dein Leben das ist nur ein Thema über was können wir reden labern ich frage mich grad immer noch warum Fußball so Scheiße beliebt ist Alter, es gibt auch nichts Interessantes, außer ein paar Tore zu schießen, dann Jey zu lügen und dann, wenn dann das Gegner-Team-Tor schießt, zerstoßt gleich deine komplette Familie. Und das 90 Minuten lang. Ja, echt. Außer mit Verlängerung. Dann gibt es auch ein Zusatzbonus. Also Fußballspielen, FIFA oder so, das macht schon Spaß. Ja, aber in Real-Life hat das... Ja, also, ja. Okay, man kann da zwar fett Kohle gewinnen, aber zuzusehen und so, wie soll ich sagen. Und so nach bei der Jugend und so zu machen, ja, das ist einfach scheiße. Hey, wer hat dich nochmal in FIFA zu fett? Elf oder? Ne, 14 Mal. Wer hat dich nochmal in FIFA zu fett? So acht, ne, neunmal. Ja, wer hat dich zu fett? 14 Mal oder so, hä? Neunmal, hä? Was, Mann? Also immer Barcelona genommen hast. Ja, weil... Ne, Ballotelli ist nicht da, shit. Ne, Ballotelli-Move heute. Oh, das noch, ey. Ein Coyote. Zwei Coyote. Was glaubst du? Hab ich mit dir geredet? Zwei Coyote. Was glaubst du? Ah, Mann. Fußball. Ich brauch was für den Kopf. Mal noch eine Frage. Was findest du besser? Pass oder FIFA? FIFA, eindeutig. Warum? Genau darum. Jetzt mal so die Eigenschaften sagen, was du am Pass scheiße findest, was du am FIFA besser findest. Genau. Ne, in Pass kannst du eigentlich fast jedes Tor reinmachen. FIFA, das ist schon realistischer. Ich find doch bei Pass die Steuerung etwas aber gay. Ja, das ist auch ein bisschen... Ne, ja, das ist, weil wir an FIFA gewöhnt sind. Dann haben wir immer festgespielt und dann ist es anders. Ja. Ist etwas... Hol... Hologramm. Hologrammisch. Ja. Hat so viel Tichtig-Innen drin. Ey, jetzt hab ich schon wieder einen Timer vergessen. Ey, komm. Also, ich fand, äh... PES06 generell das beste PESS-Azonal. Also, ich finde 06... Oh, hab ich halt früher immer öfters gesorgt. Gesagt. Ja, gesorgt. Arzin. Hat mir halt Megas Fun gemacht, lass uns weg mich. Wuii! Yeah! Ja! Ich bin ein ausgefickter Schwule Fisch. Denn ich weiß, ich bin ein schwuler Fisch. Schwule Fisch, äh... Ich hab's gleich, mir fehlen noch drei OJoten. Drei Klöten. Ja, Mann. Drei Wolfsklöten, die ich mir... Sammle Wolfsklöten. Dreihaarige Wolfsklöten, die ich mir an mein Gesicht gnadig ranreibe. So eine Quest sammelt drei Wolfsklöten. Und schieb 16 Rachen. Eine Mission, wo du 100 Gold verdienen kannst. Geh zu deinem Kojoten, ziehen die Eier aus dem Arsch und tu etwas Kiritus hinzu. Oh, ich muss rennen. Ich muss rennen. Ich muss rennen. Fikaro. 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 What Time ist ein Monsterjäger. Den Titel will ich auch nicht mehr haben. Oh, scheiße, ich hab ja nur die Titel. Scheiße. Jungs, ich bin auf dem Weg. Sammle. Ja? Hi. Wo? Wo? Äh, hinter dir. Hinter dir. Neben dir. Über dir. In dir. Links, rechts hinter mir. Ich bin schon mal da oben und warte auf dich. Hm, ich warte auf dich. Tritt mein Typ noch nach rechts. Gut, dass ich jetzt nicht mehr so leckt, alter. Was war das Problem? Keine Ahnung. Irgendwie plötzlich so richtig. anfangen zu lecken und irgendwie. Keine Ahnung. Das Problem kenne ich. Hi. Trinkst du gerne Schwarztee? Ja. Hm, Nazi. Wieso gibt's eigentlich kein Weißtee anstatt einen Schwarztee? Dann was steht da? Verkauf ich meine Luftgitarre. Ich dachte so, hey, was? Verkauf ich meine Luftgitarre. Ist noch ein Nagel neu und unbenutzt. Hast du das gekauft? Nein. Und da ist so ein Film von gar nichts. Einfach nur so eine weiße Wand. Ohne nix. Ein Euro. So unlogisch. Oh man. Ich kaufe meine Luftgitarre. Oh nein. Na dann kann's gut gehen nachmachen. Je, ich hab 500 Liter. Hui. Oh, Jessica, hallo. Ich kaufe Kojoten an drei Stück. Also, sechs Kojoten Eier könnte ich sammeln. Plus zwei Mini-Fanze. Plus zwei Mini-Fanze. Das gibt ich aber fehlgeboten. Plus zwei Mini-Fanze. Plus zwei Mini-Fanze. Äh, vier. Ne, fünf. Achso. Was denn? Plus zwei Mini-Fanze. Sieben geht auch, aber nur mittwochs. Zwei plus zwei ist? Mehr als drei. Ja, mehr als vier sogar. Dann mehr als vier. Ja, stimmt doch auch. Ja. Ist fünf. Ja. Stimmt doch. Zwei plus drei ist fünf. Ja. Was glaubst du mir nicht? Und drei minus Apfel sind zehn. Wie alt bist du? Ich bin, äh... Genauso alt wie du. Juh. Hui. Hui. Alles ist möglich. Dark Angel, Schatzi. Scheiße. Lol, warte. Hab ich jetzt überhaupt die Christen angenommen? Das wär gut, wenn du sie annimmst. Okay, ich hab sie angenommen. Ich komme. Warte auf mich. Okay, ich fass zu ihnen alleine. Nee, glaub nicht. Und dann hätte ich am gestern auf deine Bord gewartet. Ja, leck mich, komm mit. Du schaffst sicher nicht alleine. Wer soll den überhaupt angreifen? Ich oder du? Ich glaub der mit dem wenigeren Leben. Greif du an, weil ich hab, äh... Ding, ich kann nur mit Fernkraft viel Schaden machen. Du kannst kein Schaden machen, du bist erbärmlich. Ich weiß, ich bin einfach nur, einfach nur Scheiße. Du bist einfach nur so ne geile Neugaschütte. Ja, ey, warte, 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 warte. Ja, ich find dich eh schwarz. Brrrrrr, niemand nennt mich schwarz. Ah doch. Okay. Hast du auch schon die Slender wie das Real not? Null. ach so und weiß nicht wie man denn dort er her ich weiß nicht wie man ein Bildschirm oben hin macht Bildschirm wo wir uns sehen Kameran zu fügen steht das sogar schlott Bildschirm hinzufügen verdammt da ich komme ich ich bin so langsam mann er gibt meinen guten Schuss bieten die Nussgrotte als bewegt dich st wenn man uns erwähnt doch die Hauptbühne leitet alt die Welt ist nur noch entfernt drei Kilometer nicht dran er auf dem Weg da bist du so es bin ich ja was ich und entfernt unbedingt angreifen er hatte da ist einer das hat ihn mal t t t t t t hat sich die Beide schaffen das Bruder liegt die Kiste die die geplanten ist die kurze ich schnitt dir deine Eier und liebste hier vorne in den Hals Oh, Dunkelpuck Oh, schreib nicht Okay, wir schaffen das Okay, kommt Ja, ich glaub, das schaffen wir Ja, der zieht mir jetzt generell damage ab Und jetzt kommt er zu dir Oh mein Gott Ja, der zieht dir doch kein damage ab Jetzt bleibt stehen, jetzt stehen Ja, ich wollt ihn nur weggehen Ja, jetzt haben wir Oh, dann High five Scheiße Äh, da liegt nur Scheiße drin Du wolltest, du wolltest Scheiße Ein Stück Scheiße gesammelt Ja, Geras Scheiße Oh, ich will letztlich neue Waffen bauen Aber nee, ich muss auf Line 21 sein Ja, ich bin ein Hund Ich bin, ich bin eine Katze Mietz, wauf, wauf Wauf Ja, wauf Hunden, Behinderungskommunität, Stingster, Bunkster, Sprache Mir auf Mir auf Mir auf Kotzbrotten Arschhemleckgesicht Hey, was war's, was los, ich war grad grad scheißen Soll ich dich? Ich hab grad einen vor der Haustür gelegt Um Juh zu vertreiben, musst du nur einen Haufen vor der Haustür legen Karmin Grad mal um Slenderman zu vertreiben, musst du überall hinscheißen Scheiße, sogar bitte wegvoll Lass mich hier raus, lass mich hier durch Lass mich hier durch Oh, das war mal Grießbrocken Ey, warte auf mich, Junge Was? Bleib mal kurz stehen Lied 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 Du wirst mich nicht anhören Niemals Ich bin wie der Wind Baby Ich bin wie der Wind Baby Ich bin nie mehr reinhauen Wie viel STR hast du, du gibst auf Karte und guck mal dein STR 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 36 nur Ich bin 41 Oh Oh Ich glaub, komm, wenn dein Bogen Ja Yo Hey Hey Ey, warte, Mann Ich warte bei Jasmin Ja, ist Jessica Ja, und ich, das ist Jasmin Und dann ist die Selina Pommes Gut, so Hinter dir Der Amigos 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 Da ist Jasmin Hallo, Selina Krieg ich ein Foto, krieg ich ein Foto So, was könnte ich hier nehmen Zeig deine Titten Doch, hallo, Kessler-Farmee Was gibst du mir denn so? Ich kann davon nichts benutzen Doch, ich kann was benutzen Aber, ey Kacke, brauch ich nicht Ich gott Level 13 Ne, jetzt nehm ich das Und wirf die Scheiße weg Okay, jetzt nehm ich die scheiß Ausrüstung Und leg's die Scheiße auf den Boden Dann sieht man so unten links Wotterm wirf die Scheiße weg Ähm, wohin? Weiß ich nicht Ich folg dir einfach Meistergilde Nakama Gut Wohin geh mal Äh, ja, wir brauchen ein Gebiet, wo wir leveln Nur Ich, ich glaub, ja, im Mond, äh, im alter Wald Gute Idee Da muss man rumpummen Hallo Wirklich? Ja Wohin geh mal, alter Wald, achso Du bist auch von alt Lass mich halt Ich bin neuer, alter Sack Oh, Level 1, 60, Cleary Level 1 und 60, ja, ist nix Okay, ich lass dir Den Vorsprung Alles klar T ist vor Oh, du sollst nach vorne Aha Jetzt los, lauf Aha Jungs, hier lauf Warte, ich muss was zerlegen Alter, jetzt lauf Warte, ich muss was zerlegen Ich drück dich schon auf Autofolgen, jetzt los Ich folg dir Ja, jetzt beweg dich einfach Aber ich muss grad was zerlegen Ey, jetzt mach einfach Ja, wenn ich was zerlegen muss Äh, du weißt schon, wir ver- äh, du weißt schon, wir vertreiben wir von unserer Zeit Achso, stimmt Beweg dich Ja, komm, fick dich Also Oh, warte Uh, noch weiter Ich kann nicht mehr Ich nehm ne Abkürzung Wie kannst du nur Ich geh zum Helfer Tim Also Ich bin schon da Oder Ja Etwas weiter als du Worum gehst du Ja, ich geh leaven So, ich ne questern Echt? Ja I know you love me I know you Nein Und was willst du, Tim, von dir? Dass ich Angelo anspreche Wenn ich was Ähm Was willst du von dir, dass ich Tim anspreche? Ja Ich muss paar Viecher zerfetzen Welche? Genau die Genau die Okay Das sind vier Quests Salto Hui Hey Fleischfressen Pflanze Natürlich Hä Neue Rezeptur Oh 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 Alter, wie lang dauert noch die Aufnahme, Digga Ja Weiß ich nicht Warte, warte Es müssen etwa fünf Videos sein Ich schau mal kurz Ich glaub das ist schon genug Ich glaub noch Ja, das ist schon fertig Etwa Ja, also Hör mal auf Machen wir gleich den nächsten Part Ja, dann müssen wir gleich den nächsten Part Ja, also Ein paar zu Ende Yay 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 Haut rein Haha Sammy sagt jetzt auch noch tschüss For what time? Ah Na Sag tschüss Tschüss Auf